Richard Rote war ein evangelischer Theologe. Leben Richard Rote wuchs als Sohn einer preußischen Beamtenfamilie in Stettin und Breslau auf. Er war von der Romantik geprägt und studierte daher seit 1817 evangelische Theologie und Philosophie in Heidelberg, weil hier romantisch geprägte Professoren lehrten. A. Der Altphilologe Friedrich Kreuzer beeinflusste ihn. In Heidelberg lernte Rote auch den Vertreter der spekulativen Theologie Karl Daub, dessen Ideen ihn stark prägten, und den Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel kennen, von dessen Philosophie Rote sehr überzeugt war. Deswegen wechselte er auch ab Wes 1819-1820 seinen Studienort und zog an die Universität Berlin, wohin Hegel einen Ruf angenommen hatte. Hier beeindruckte ihn der Kirchen- und Frömmigkeitstheologe Johann Wilhelm August Neander. Durch ihn lernte Rote auch Friedrich August Gottreutoluk kennen, der ihn zur Erweckungsbewegung hinführte. In Berlin legte Richard Rote in der 1820 Dekasekunden erste theologische Examen ab und trat anschließend bis 1822 in das pietistisch geprägte Predigerseminar in Wittenberg ein. Danach war er Kandidat in dem Evangelischen Kirchendienst in Breslau. Sein zweites theologisches Examen und seine Ordination fanden 1823 in Berlin kurz hintereinander statt. Denn der Leiter des Wittenberger Predigerseminars Heinrich Leonhard Häupner hatte dem preußischen Ministerium der geistlichen Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten schon 1823 Richard Rote als Kandidat für das Amt des preußischen Gesandtschaftspredigers in Rom empfohlen. Zudem Rote am 16. Dezember 1823 auch ernannt wurde. 1828 wurde er Professor am Predigerseminar in Wittenberg und 1832 zweiter Direktor und e-Forus dieser Anstalt. 1837 wurde er von der badischen Regierung durch Vermittlung seines Heidelberger Lehrers Galdau zum ordentlichen Professor für Neues Testament, Dogmatik und praktische Theologie an die Universität Heidelberg berufen. Hier war er auch noch Direktor des Heidelberger Predigerseminars. In dieser Zeit veröffentlichte Rote sein Hauptwerk die Theologische Ethik. Im November 1849 folgte er einem Ruf als Professor für praktische Theologie an die Universität Bonn. Er kehrte aber wegen des schlechten Gesundheitszustandes seiner Frau 1854 ins klimatisch günstigere Heidelberg zurück. Hier übernahm er die Professor Karl Christian Ullmanns, der die Stelle des Prälaten der Evangelischen Landeskirche in Baden übernahm. Rote lehrte nun als Ordinarius neben seinen bisherigen Fächern auch Kirchengeschichte. Gleichzeitig hatte er auch wieder das Amt des Universitätspredigers inne. Richard Rote wurde 1861 zum außerordentlichen Mitglied des Karlsruher Oberkirchenrats berufen und 1863 und 1865 vom Großherzog Friedrich I. Von Baden zum Mitglied der Ersten Kammer des Badischen Landtags ernannt. In den Jahren 1843, 1855, 1861 und 1867 nahm er an den Generalsynoden der Badischen Evangelischen Kirche teil und war 1863 an der Gründung des Deutschen Protestantenvereins beteiligt. Rote war auch Gründungsvater des Akademisch-Theologischen Vereins zu Heidelberg, aus welchem die Studentenverbindung ATHV Wartburg hervorging. Theologische Position Richard Rote wollte den Bereichen Religion und Kirche die Zuständigkeit für die Sittlichkeit entziehen und diese sollte in einem sittlichen Kulturstaat zum Tragen kommen. So wäre die Institution der Kirche in einem christlichen Kulturstaat aufgegangen. Dieser Kulturstaat stellte sich nach Rote als absolute Theokratie dar, aus der das vollendete Reich Gottes entstehen würde. Dieser Gedankengang ging aus Rotes spekulativer Theologie hervor, die an kein Dogma gebunden und die von der herrschenden Kirchenlehre abgewichen war. Nach dem Beispiel Friedrich Schleiermachers unterteilte Rote die Theologie in die spekulative, historische und praktische Theologie. Die von Rote entfaltete spekulative Theologie ließ sich von dem Inhalt der Bibel und einem frommen Gottesgefühl leiten. Da dieses fromme Gottesgefühl aber in den christlichen Kirchen unterschiedlich stark ausgeprägt war, konnte diese spekulative Theologie nach der inhaltlich protestantisch bestimmten Frömmigkeit nur in einem protestantischen Kulturstaat Anwendung finden. Die Bedeutung der Theologie Rotes besteht heute darin, dass das Gottesgefühl der Frömmigkeit in den Gottesgedanken der gesamten spekulativen Theologie überführt wurde. Wirken Richard Rote war im 19. Jahrhundert eine wichtige Person des liberalen Protestantismus. Die Auffassung Rotes, die Kirche solle in einem sittlichen Kulturstaat aufgehen, wurde damals von vielen Protestanten vehement vertreten. Diese Überzeugung passt heute nicht mehr in das Grundprinzip der Moderne, das U.A. von einer Autonomie des Individuums ausgeht, sie ist daher nicht mehr schulbildend. Einige Theologen der Neuzeit schließen sich dem Gedanken Rotes noch einmal an, das Christentum solle außerhalb der Kirche bestehen. Da sich das moderne Christentum von einer dogmatisch-kirchlichen zu einer ethischen Ausrichtung geändert habe. Ehrungen Ehrendoktor würde durch die Theologische Fakultät der Universität Heidelberg Titel eines Kirchenrats durch den badischen Großherzog Titel eines geheimen Kirchenrats durch den badischen Großherzog Ehrung zum 100. Geburtstag Geschenk einer Büste Rotes von seinen Schülern und Anhängern an die Heidelberger Peterskirche Die Universitätskirche Schriften Die Anfänge der christlichen Kirche und ihrer Verfassung Wittenberg 1837 Theologische Ethik 3 BDE Wittenberg 1845 bis 1848 Zur Dogmatik Gota 1863 Die meisten seiner Vorlesungen und Predigten sind nach seinem Tod von Freunden und Schülern herausgegeben worden. Nachgelassene Predigten HSG Von Daniel Schenkel und Johannes Bleg 3 BDE Elberfeld 1868 F Dogmatik HSG Von Daniel Schenkel 3 BDE Heidelberg 1870 Vorlesungen über Kirchengeschichte HSG Von Hermann Weingarten 2 BDE Heidelberg 1875 bis 76 Stille Stunden Aphorismen aus des Verfassers handschriftlichem Nachlans Bremen 1872 Entwürfe zu den Abendandachten über die Pastoralbriefe HSG Von Karl Palmy Wittenberg Band 1 Die Briefe Pauli an den Timotheus und Titus nebst einem Anhang Luthers Gedächtnisstage BD 2 Der erste Brief Johannes Die Geschichte des Herrn Die Bergpredigt Festtexte und andere Pastoraltexte 1877 Theologische Enzyklopädie HSG Von H. Ropelius Wittenberg 1880 Geschichte der Predigt Bremen 1881 Gesammelte Vorträge und Abhandlungen HSG Von Friedrich Wilhelm Nippold Elberfeld 1886 0870 Judy Die USA Dieatin Was ist Von Friedrich Wilhelm Nippold Für die A. Una Untertitelung des ZDF, 2020